Hey, Armin! Grüße! Du auch hier? Hey! Willkommen, dass du hier angekommen bist, ausgeregt in Essen aus Göttingen. Vier Stunden gefahren. Wie bist du? Eine halbe Stunde, das Auto fährt mega geil. War mir klar, du bist wieder geflogen. Alles klar, komm rein. Danke dir. Hi, ich bin Dani Mendes, bin Produktionsassistentin, Schauspielerin und Synchronsprecherin und heute zu Besuch hier bei dem lieben Abend. Dani, einer guten Freund von mir, extra gekommen, die ist Regisseurin, Schauspielmodel. Herzlich willkommen. Hallo. Ich grüße dich. Hallöchen. Ich grüße dich. Guten Tag. Hallo. Wie geht's dir? Gut angekommen? Ja. Sehr schön. Hast du ein Quartblatt bekommen? Ja, direkt hier. Jetzt lernst du meinen guten Freund Armin, der ist one in all. Er kennt alles und dann gehen wir rein. Ich möchte sagen, dass der Armin kann alles. Was kann er denn zum Beispiel? Hallöchen bitte. Ja, jetzt bin ich gespannt. Er kann Fotokopieren, er kann Passbilder machen, er kann für Nachwuchsschauspieler oder Schauspieler, die auch ihr Demo-Band schneiden wollen, haben wir einen in Minuten. Oh, das hört sich gut an. Hat er nicht auch Requisiten? Ach klar. Ja, ne? Das zeige ich euch hier. Gehen wir in den Laden rein? Gehen wir gleich rein. Er hat auch Grinskin auch noch. Ach, er hat auch noch? Was Gutes ist, das ist zentral in Essen. Ja. Und wie weit die da? Du kommst doch auch aus Essen, gell? Ja, aus der Nähe. Das ist hier in Essen-Fronhausen und zwar mit dem Auto fünf Minuten vom Bahnhof. Ah, kann man hier auch parken. Kann man auch hier parken. Zeig mal bitte. Ach, das ist die Kirche, oder? Das ist die Kirche, genau. Das ist die Kirche, ja. Ja. Und die Straße heißt Berliner Straße, ne? Genau. Kölner Straße. Ja, aber sein Büro ist in Kölner Straße 46, oder? Was weiß ich hier? Kölner Straße 36, da ist das hier. 36. Ja, genau. Kölner Straße 36. Genau. Eker Berliner Straße. Zentral, Parkplatz. Und er hat alles da. Es ist wie eine Produktion, denke ich mir. Ja, er hat alles da. Also alles, was man braucht. Und er hat mein Fanclub Prashant Jaiswal in Minuten gemacht. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja. Schau mal, du bist hier auch. Hier. Haha. Das hat man schon gleich. Das bin ich. Darf ich denken, doch. Yes. 2012. Meine Schauspielkollegin und Top-Moderatorin, Barbara Schöneberger, Sonja Kraus, herrlich. Ah. Dietmar Bär. Gute Zeiten, ne? Weißt du, das ist halt. So. Ja, schauen wir uns doch einfach mal zu studieren, würde ich sagen, oder? Lass uns mal rein. Alles hat er da. Alles hat er da. Gibt es auch ein indisches Satu? Das wäre ein guter Magen. Aber da ich Deutsch bin, ich kriege ein kleines Kollabier von meinem Kumpel aus Göttingen. Hier ist eigentlich noch weiter. Ja, hier läuft alles von A bis Z. Also alle A bis Z. Echt. Hammer, hammer, hammer. Wow. So, hier kann man hier Fotokopieren. Sehr gut. Mhm. Und mega geile Ecke zeige ich dir. Ja. Mit Star Wars habe ich nicht so viel am Hut. Aber zeige ich dir. Komm, komm. Ach, wie geht los? So. Wow. Guck mal, das ist so eine geile Kollektion. Wow. Hier gibt es ja wirklich alles, ne? Von Star Wars? Hast du eine Ahnung von Star Wars? Ja, nicht so viel. Aber viel auch nicht. Aber Armin hat sehr viel Ahnung. Komm, dann fragen wir ihn direkt mal. Ja? Ja? Armin? Ja. Und du bist? Ich bin hier. Ich bin bei der Arbeit. Ich bin bei der Arbeit. Ja! Okay, aber kannst du sagen, ob man das alles kaufen kann? Das kann man alles kaufen, ja. An sich ist Dekoration, aber wer es braucht, darf es kaufen. Super. Dann zeige ich mir mal bitte mal. Boah, jetzt geht mal. Oh mein Gott. Hallo meine lieben Damen und Herren. Willkommen beim Sondersender Ultra HD Web TV. Ultra HD Web TV hat besucht. Zwei Superstars, mal eben kurz von Hollywood nach Xanten, von Xanten nach Hollywood und schon sind sie da. Praschant. Die junge Lady stellt sich jetzt selber vor. Ich bin Danny Mendes. Danny Mendes, gerade frisch aus Hollywood eingeflogen über Duisburg, Xanten. Ne, sie arbeitet auch für Hollywood. Mit Bobby Ampressinger. Den müsst ihr unbedingt kennenlernen. Aber den Film darfst du nicht verraten? Darf ich leider noch nicht verraten, aber da kommt noch einiges. Auf jeden Fall. Weil einige Zuschauer nicht wissen, dass das wirklich so ist, wie es ist. Weil viele ja nicht wissen, was ist. Und deswegen haben die beiden sich gerade vor der Tür hingestellt, haben sogar einen leckeren Kaffee getrunken, den wir auch produzieren. Nicht eigen, aber wir stellen ihn auch nicht her, aber wir geben ihn euch. Meine lieben Freunde, meine lieben Kunden. Ja, ihr wisst, dass ich am Wochenende immer was zu tun habe. Deswegen zeig ich auch. Ne, aber dass er was gut findet. Du sagst, du arbeitest 24 Stunden, 7 Tage die Woche. 7 Tage die Woche, ja. Ich bin immer da. Wie ich auch. Jungs, zeig uns mal, was wir machen. Ja genau, also hier sind wir bei Star Wars. Denn einige haben mich gefragt, ob du auch mal für Star Wars vorbeikommen würdest. Er würde natürlich vorbeikommen für Star Wars, ist klar. Weil er ist Inder, deutsch. Ja genau, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Deutscher. Deutsche sind braun. Aber richtiger Deutscher eigentlich. Ja genau, ich bin ein richtiger Inder, weil Inder sind weiß. Ist klar. Also, das nimmt man Vorurteile. Aber ich bin eigentlich nicht deutsch. Aber weil ich als Deutscher nicht so viel Arbeit bekommen habe, habe ich mich in Solarium gelegt. Jetzt bin ich braun geworden. Und ich spreche halt deutsch mit indischen Achseln. Dann habe ich sehr viel Arbeit bekommen. Ich habe über 90 Projekte mitgemacht. Korrekt. Warum? Weil ich hier Inder bin. Genau. Geborgen bin. Da reden wir gleich. Ich bin gespannt. Oh. Das darf ich nicht rein. Das ist ein bisschen unaufgeräumt. Indische Qualität ist auch gut. Komm mal hier. Das ist ein Secret. Das habe ich zu dir gesagt. Ah ja genau. Die Leute so verarschen. Okay. Die Screen können wir direkt mal hier. Haha. Da kann man ja direkt Passfotos machen. Oh. Alles da. Komplettes Deportment. Setz dich mal da hin. Und nur lächeln. Klick 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 klick. Genau. Hätten wir Passfotos. Hier sie hat leider grün an. Somit kann man ja, dann wäre alles weg. Aber geht alles. Also machbar. Und geräumt. Wirka zeige ich dir. Die Skandine. Hier kann man auch Leute verarschen. Hier kann man gutes Leiden. Alles da. Genau. Genau. Hier. Die können sich die Gürze zurecht machen. Genau. Haben wir Licht auch hier? Ja, links. Geheimecke. Links. Genau. Draufdrücken. Wunderbar. Alles zu gucken, wenn ich. Was denn hier alles versteckt? Oh. Das heißt, es ist einfach eigene Produktion. Ja. Hier ist alles vorhanden. Also egal was ihr braucht. Ist schon da. Ja. Ist alles da. Also gut ab, oder? Super. Kommt vorbei. Unbedingt. So, die Adresse. Wissen wir? Körnleinstraße 36. Richtig. In Essen. Korrekt. Korrekt. Jetzt zeige ich dir die wichtigste Ableitung. Und zwar hier. Die Working Station. Das sind alles geschnitten. Das schneidet ihr auf meinem Film hier. Willkommen bei den Hartmanns. Ich habe einen Bollywood-Film mitgespielt. Azzan. Das sind alles hier geschnitten. Guck mal, so viele Filme hat er. Und, was wichtig ist, zum Beispiel viele Leute haben nach dem Abwuchsschau-Spieler, haben kein Demo-Band. Ja. Dann macht ihr auch so. Warte. Ich bin Abwuchsschau-Spieler. Beispiel du auch. Dann können wir hier kommen. Guck mal, er hat Elefanten hier. Guck mal, und da hat der Armin. Ein Autogramm. Ey, super. Was steht da? Für den lieben Armin All-in-One. Ein toller Mann, Manager und so weiter. Sehr gut. Komm Warte. Man setzt sich hier hin. Das ist aber sehr gemütlich, ne? Ja. Und dann kann man einfach so erzählen und macht eine kleine Demo-Band. Kann sich unterhalten. Genau. Ein kleines Interview führen vielleicht. Das ist alles vorhanden. Oder führen, führen, führen. About me zum Beispiel. Ja. Könnte man über sich erzählen als Schauspieler. Genau. Also kleine Demo-Band. Genau. Kann man auch schnell. Und das geht hier ratzfatz. Das dauert nicht so lange bei Ihnen. Oh. Alles zack zack. Ganz schnell. Aufgenommen. Speisekarte. Bearbeitet. Bearbeitet. Alles vorhanden. So one and all. Boot up. Vielen Dank. Gute Adresse. Dann kommt mal vorbei. Ich freue mich wieder bei dir zu sein. Du bist ein toller Mann. Okay. Bis dann.